So bringen Sie Musik in Ihre Geldbörse. Wollen Sie, dass bei Ihnen mal wieder so richtig die Kasse klingelt? Suchen Sie nach einer absolut sicheren Einnahmequelle, die bereits jetzt boomt? Möchten Sie geschäftlich durchstarten, ohne dazu große Investitionen stemmen zu müssen? Dann sind Hörbücher genau das Richtige für Sie. Auch ich empfehle meinen Lesern immer wieder, selbst Hörbücher zu produzieren und zu vermarkten. Und die Rückmeldungen geben mir recht. Einer meiner Kunden hat mit einem alten Computer und einem Mikrofon für 15 Euro einfach losgelegt und rasch üppige Einnahmequellen erzählt. Machen Sie es ebenso. Hörbücher sind eine super Empfehlung. Egal, ob Sie nebenbei Ihr Einkommen aufbessern wollen oder beispielsweise aus Hartz IV heraus einen völlig beruflichen Neustart planen. Statt ellenlange Anfahrtswege zu irgendeiner schlecht bezahlten Arbeitsstelle auf sich zu nehmen, können Sie Hörbücher ganz einfach zu Hause produzieren und vertreiben. Einfacher und profitabler geht es nicht. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Realisieren Sie immense finanzielle Erfolge, die Sie wirklich hören lassen können. Schauen Sie auch auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Neuigkeiten. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher. Gehen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbücher Super Profit mit Hörbücher.